heute machen wir ein one versus one der gewinner kriegt auf jeden fall ein maxi und der verlierer und jetzt starten wir auf jeden fall das video wir sind wieder in der runde und wir machen gegen bots und ihr seht schon die bots was ihn dazu hat noch ein paar leute und er ist aber eigentlich vorbeigeflogen und sex auch gestorben leider hat er wusste die man mein links ja leute auf jeden fall hat ich schon habt gewonnen also ja die ersten habe ich gewonnen aber die dritte werden wir noch sehen nachher werden wir vielleicht noch werden wir sind gerade der erste punkt 1 0 für mich ja und bis drei bis fünf nachher werden wir noch heute wie er gewinnt was kann man machen dann regn das ja aber ich bin gar nicht schon aber tust du bist leider ein nicht erster geworden ich bin dritter geworden wird er vierter leute 1 9 für ihn aber wir müssen immer einen anderen das ist ja richtig spannend ich glaube ich würde gewinnt so weil ich mehr an einer in einem dort sind ich besser als du mit shelly und erfolgt el primo kann sich direkt mann du kannst direkt mal wieder abziehen die ich habe fast gekült der mussten alter alter übertreibt man nicht Jetzt hast du Schiss, ne? Weil du so wenig Leben hast. Jaaaa! Ich hab zwei Pauscheams. Eyiii! Warum schiefst du gerade gegen den Bot? Oh, mach nen Cut! Nein, 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 okay. Yo Leute, es steht 1-1! Nein, es ist... Nein, das bliebst du! Es steht 2-0! Nein, 1-1. Jay, jetzt laufst du Lügen! Nein. Aber da ist schon schon immer raus, ne? Nein! Da hat er ein Lügen, nur weil das sieht man. Guck mal, ich bin noch in der Runde und dann nicht. Wo ist denn bitte schon in der Runde? Okay, guck mal, da steht doch zuschauen! Was ist denn, Jay? Du kannst nicht verarschen. Jaaaa! Aber ich steh echt 1-1! Nein, ich steh 2-1! Ich steh 2-0! Für mich? Ja! Gewonnen! Aber nur, aber lass mal nur machen, wenn man Punkte hat. Also nur, wenn man den anderen trägt. Aber bekommt man einen schon. Nein! Aber das ist wie, das ist wie, geht dir 15 Minuten? Komm los! Komm, wir machen sie da bereit! Was? Was? Ich hab schon. Egal, steht 2-1 oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ey, was wird da, Brock, Alter? Ja! Punky, hast du schon einen eliminiert? Ja! Das ist richtig geil! Nein! Bist du im Feld? Nein! 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 Warum hast du direkt so viel Leben bekommen? Wie ein Wunderpflaster! Ey! Ich steh immer noch 2-0, weil er... Ich steh 3-0! Weil er den gleiches Scrim genommen hat. Ja, okay, da hast du recht. Jo, Leute! Das sieht man gar nicht. Schummeln! Der ist ja aus Versehen! Ich wollte gerade das Scrim jetzt noch... Leute! Ich muss ganz kurz reden! Bist... Gleiches! Jo, Leute! Ja! Bunking hat leider 3-0 gegen mich gewonnen! Man muss schon sagen, der ist ein harter Typ! Schaut mal bei ihm vorbei! Und lasst ein Abo bei... Jo, Snake! Ist cool! Jo, Snake! Ihr könnt jetzt noch weitermachen, weil das Video ist... Und... Wir haben das Video heute nur ein bisschen weniger gemacht... Anstatt wie immer... Also blablabla... Und schaut bei mir auch mal vorbei! Hä? Hehehehe! Hahaha! Was sagst du da? Okay, ich bin wieder dran! Und schaut bitte bei mir vorbei! Und bei den lieben Bunking! Noch 10 cooler Typ! Abo nicht vergessen! Genau! Gratis und liken! Unglück aktivieren! Bunking Schlickerei! Okay! Tschüss! Tschüss!